Sei bitte leise, das Baby schläft. Sei sehr bitte leise, in der Bücherei darf man nichts sprechen. Sei leise, der Film beginnt. Seid leise, ich bin am Telefon. Ich möchte Schlitten fahren. Ich möchte Schlitten fahren. Ich möchte Schlitten fahren. Nein, ich möchte Schlitten fahren. Ich möchte wandern. Ich möchte lang aufmachen. Ich möchte schlitzel fahren. Ich möchte schlafen. Ich möchte schlafen. Ich möchte schlafen. Schlafen. Ich mochte nicht wandern, weil es schneit. Ich mochte nicht Schlitten fahren. Wir können nicht Schlitten fahren, wenn sie nicht vergehen ist. Ich mochte nicht Langlauf machen. Lass uns Langlauf machen. Lass uns Schlitten fahren. Hattest du Spaß gemacht Langlauf machen? Ja, es hat mir Spaß gemacht Langlauf machen. Ja, es hat mir Spaß gemacht Langlauf machen. Hattest du Spaß gemacht Schlitten zu fahren? Nein, es hat mir Spaß gemacht Schlitten zu fahren. Ich weiß nicht, wer wir sind. Entschuldigen Sie bitte, wie weit wird es bitte zum Strand? Der Strand ist in der Nähe. Ja, er ist nur zwei Kilometer entfernt. Wie kommen wir zum Strand? Folgen Sie der Altumstraße einer Kilometer. Wie gehen Sie rechts in die Brandstraße auf. Das mir liegt gerade aus vor Ihnen. Hm, not bad. Ich bin also using, um, the, what is it called? Oh, that app. I will think of it. Um, what is it called? Um, Duolingo. And it's actually a lot better than this because it actually tells you what things are. Or this. You kind of, you kind of have to figure out what the words mean a lot of the time. And that makes learning very slow for me at least. Anyways, hope y'all enjoyed. See y'all in two weeks for the next. I'll probably have a, um, a pickups video up for December tomorrow. Bye. 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 Bye.